Ah, ist ja gut. Ja, genau. Aber das hilft dir gerade auch nicht weiter. Ups, okay. So, nein, ups. Okay. Jetzt können wir weiterreden. Sehr schön, ein Konter gefahren auf die Attacke. Das ist natürlich klasse. Können wir jetzt noch einen nehmen? Nein? Dann ist gut. Ja. Hm. Da ist schon wieder eine Eisprinzessin. Ein Schwertkämpfer. Und... Einen Bogenschützer. Glücklicherweise... Können wir den in einer Runde zerlegen. Und uns dann noch verstecken. Ach komm, schleicht doch nicht so. Na, na gut. Dann sieht das aus wie ein Todwandler. Das kann auch helfen. Nein, 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 nein. Okay, nicht so weit. Verdammt. Der soll sich umdrehen. In die andere Richtung gehen. Die noch eine Runde drehen. Na, oder so. Na, das hat mich umgehauen. Das ist schon klar. Sehr schön. Sie ist, äh... Irritiert. Wie sollte man das nennen? Oh, shit. Ähm... Uncool. Um ehrlich zu sein, ist das gerade richtig? Uncool. Ähm. Jupp. Hätten wir das auch schon mal geklärt? Hey, Kollege. Na, scheiße. Er ist tot. Was erreicht weiter in der Klasse. Dann wollen wir doch mal. Na? Dann greif doch mal an hier. Sehr schön. Okay. Funktioniert doch. Und jetzt können wir hier... Moment. Hier durch. Was ist denn hier noch an? Ich wollte schon sagen, da wäre ja ein bisschen komisch, dass man da noch was machen könnte. Laufen wir mal ein bisschen hier entlang. Ah, da ist auch noch was zum Finden. Okay. Wollen wir noch mal sehen. Oh, oh. Da stopft schon wieder was Großes. Oh, ja. Ähm. Hey. Ähm. Passt nicht. Gut. Gespeichert. Was bedeutet... Ah, ein Bogenschütze. Okay. Und da kommt noch einer. Mit zwei Schilden. Na, klasse. Ich freue mich so richtig. Ah, schönerweise habe ich eine neue Stufe erreicht. Gut, den kann ich gerade wieder recyceln. Da habe ich eine Menge gefunden. Ah, aber hier können wir noch was machen. Okay. Ähm. Hm. Erfahrung, die ein Überraschungstod, so wie alle Tötungen während des Effekts bringen. Plus 50 Prozent. Ach. Ist doch wurscht. Dann habe ich gleich alle. Okay. Ich mache mich mal kurz hier so um die Ecke. Hey. Da ist noch was, was mich interessieren könnte. Ähm. Ja, ein Punkt. Was soll ich damit anfangen? Okay. 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 So, was haben wir da in der Kiste? Sucherstiefel. Interessant. Interessant. Giftwiderstand. Aber mit Gift haben wir ja nicht mehr viel zu tun. Ah, ja. Was wäre denn... Ah, hier ist eine Brücke. Okay. Die kommt aber von oben. Wir könnten vielleicht diesen dreieckigen Platz mal untersuchen. Aha. Das wäre wohl... ...meine erste Gegnerin. Aber ich glaube, vorher können wir auch noch den... ...General töten. Äh. Dann können wir noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Tja. Nochmal speichern. Und mal sehen, was wir hier noch... ...an Erfahrung bekommen. So. Gut. Wollen wir mal versuchen? Eventuell. Oh nein, oder? Der gibt's auch noch? Kommt der hier rein? Das wäre ja verrückt. Komm schon. Geh wieder den Schritt. Und. Sehr schön. Und wir können wieder um die Ecke verschwinden. Und sobald wir wieder in den Etatmodus können, sind wir auch wieder alleine. Was bedeutet... ...wir könnten eventuell auch mal den hier gerade anhauen. Schön ausgeglichen. Ja, ja. Ist gut. Oh, genau. Genau. Greif den General an. Hihihi. Hihihi. Das ist sicher lustig. Ach, da war was, wenn der springt, den Eisteil macht. Oder so. Okay. Einen haben wir schon mal. Oh, ups. Hier muss man aber auch echt langsam und gemütlich machen, damit das funktioniert. Okay. Solange der General uns nicht unbedingt bemerkt, habe ich dann kein Problem. Ähm. Okay. Dann brauchen wir ihm noch ein paar Feuerzauber drauf. Dann können wir ihn auch noch ein bisschen... ...wann Glück haben wir jetzt vermöbeln. Okay, ich brauche mir jetzt mal gucken. Ich brauche mehr Platz. Verdammt. Oh, shit. Okay. Das war jetzt nicht so gut. Okay. Komm schon. Mach irgendwas, wo ich dich treffen kann. Na, warte. Und... Yes. Na, endlich. Ja, ja, du hast die Ewigkeit. Ich weiß. Ah. Wofür habe ich sie denn? Wenn nicht für solche Situationen. Okay. Ist der immer noch hinter mir her? Nein, ist er nicht. So, wenn ich Glück habe, schaffe ich es wirklich, ihm die Dinger in den Hintern zu schieben. Oh, ausgewichen. Und noch einmal ausweichen. Und noch einmal. Okay. Und noch einmal ausgewichen. Schon wieder. Und den Fuß ausgewichen. Oh mein Gott. Ist das gerade cool. Okay. Okay, okay, okay. Hey, ich habe ein General gekillt. Wohoo. Ich habe ein General gekillt. Okay. Wo waren wir jetzt unterwegs, wo ich die Konkorbine gesehen hatte? Die war doch hier irgendwo. Ne, Moment. Andere Seite. Vielleicht kriege ich da noch ein bisschen mehr Power, wenn ich Glück habe. Und wenn nicht, dann werde ich ein paar Mal drauf gehen. Naja, die letzte Konkorbine war ja auch nicht so der Überflieger von der Stärke her. Von daher. Nur zur Sicherheit. Falls der da nicht speichert, wenn ich da drunter springe. Was ich zwar nicht glaube, aber... Diese Konkubine behält den Zugang zum Palast wirklich gut im Augenblick. Oh shit. Wir haben keine Chance, die Wächterin zu besiegen, solange die anderen Konkubinen noch... Okay. Ähm. Bedeutet wohl, wir müssen... Erst die Diamanten... Äh, die Kristalle... ...zu den roten Weisen bringen, damit die mir ein Amulett draus machen. Und schon wieder einer. Aber hey, er kommt zumindest mal in meine Richtung. Wow. Das will er echt schnell leben. Okay. Und da ist sie. Liebe gute Eishexe. Oh scheiße. Okay. Das wird lustig. Die folgt mir ja immer noch. Okay. Okay. Woher will der... Der die das hin? Ich glaube, sie wäre jetzt einfacher zu besiegen. Weil die irgendwo hinlaufen, wo sie eigentlich nicht hingehörten. Yay. Computerfehler. Bats. Das ist natürlich echt klasse. Und das wäre zum Beispiel... Sowas hier cool. Gibt's nicht. Was habe ich denn jetzt aktiviert? Ach, das ist dieser... Ach, das ist dieser... Ist das dieser Effekt? Nicht gewesen. Naja, wenn du einen überraschend tötest und so weiter, war doch der Effekt. Gell? Da war doch was. Ah, da ist noch eine riesen Fledermaus. Aber... Glücklicherweise... Äh... Äh... Mist. Okay. Die muss ich ja nicht unbedingt besiegen. Oh. Naja. Blöd, wenn ich da lang muss. Ähm... Blöd, wenn ich da lang muss. Um da durchzukommen. Shit. Okay. Aber die sind ja... An sich nicht so schwer zu besiegen. Ja.